Die 10. Endrunde der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland war eine WM mit vielen krassen, emotionalen und verrückten Szenen. Eine davon ereignete sich beim letzten Gruppenspiel zwischen Brasilien und der Afrikanischen Republik Zaire. Die Brasilianer standen paar Meter vor dem Strafraum der Kongolesen und bevor der Freistoß-Spezialist Rivellinho diesen ausführen konnte, rannte ein Verteidiger von Zaire aus der Freistoßmauer und kickte den Ball ohne Kontext einfach weg. Warum dieser Spieler dies tat und welche dunkle Wahrheit dahinter steckt, zeige ich euch im heutigen Video. Also bleibt dran. Zaire, heute bekannt als Demokratische Republik Kongo, war ein Land, das sehr sehr vieles durchmachen musste. Im Jahr 1885 erwarb dann Leopold II. König von Belgien auf der Berliner Konferenz offiziell die Rechte am Kongo-Territorium und erklärte das Land zu seinem Privateigentum, das er Kongo-Freistaat nannte. Während Leopolds Herrschaft starben von 1885 bis 1908 Millionen Kongolesen an den Folgen von Krankheiten und Ausbeutung durch die Belgier. 1908 trat Leopold II. seinen sogenannten Freistaat an Belgien ab, der dadurch als Belgisch-Kongo bekannt wurde. Das Land blieb noch Jahre, Jahrzehnte noch unter belgischer Herrschaft und erlangte erst am 30. Juni 1960 ohne den Namen Republik Kongo seine Unabhängigkeit von Belgien. Während der Kongo-Krise und den daraus entstehenden Bürgerkrieg kam Josef Desiri Mobutu, der sich später an Mobutu Sese Seko umbenannte, nach einem Putsch an die Macht und benannte das Land 1971 in Zaire um. Das Land wurde zu einer diktatorischen Einparteienstaat und wurde von Mobutu mit harter Hand geführt. Er verbot westliche Kleidung und zwang seinen Bürgern, ihre europäischen Namen für traditionell afrikanisch klingende abzulegen. Auch noch nahm sich Mobutu besonders dem Fußball im Land an. Er fiff Spiele aus Belgien zurück, verbot ihnen danach wieder zurückzukehren und investierte beträchtliche Summen in die Entwicklung des zairischen Fußballs. Auch wenn Mobutu den Fußball nur für Propagandazwecke missbrauchte, wurde der Sport tatsächlich international erfolgreicher und stärker. 1967 und 1968 gewann der zairische Rekordmeister T.P. Matsembe zweimal hintereinander die afrikanische Champions League. Folgen tut noch eine weitere zairische Fußballmannschaft, Ars Vita Club, die 1973 auch die afrikanische Champions League einmal gewannen. Nicht nur die Fußballvereine im Land wurden international konkurrenzfähiger, sondern auch dessen Nationalmannschaft. Noch unter den Namen Kongo Kinshasa qualifizierte sich das Land für die afrikanische Meisterschaft 1968 in Äthiopien. Dort besiegte man seinen Erzrivalen Kongo Brazzaville, heute besser bekannt als Republik Kongo, und man kam mit nur einer einzigen Niederlage als Gruppenzweiter weiter. In der K.O.-Phase trat man im Halbfinale gegen den Gastgeber Äthiopien und besiegte diesen in der Verlängerung 2 zu 3 und man zog ins Afrika Cup-Finale ein. Im Endspiel traf dann Kongo auch seinen alten Gruppengegner Ghana und besiegte diese durch ein Tor von Kalala Mukendi in der 66. Spielminute 1 zu 0 und Kongo Kinshasa wurde erstmals afrikanischer Fußballmeister. Nach zwei semi-erfolgreichen Afrika Cup-Turnieren qualifizierte sich Zaire für den Afrika Cup of Nations 1974 in Ägypten und machte dort ein sehr, 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 sehr gutes Turnier. Man überstand die Gruppenphase als Zweitplatzierter, besiegte im Halbfinale den Gastgeber Ägypten mit 2 zu 3 und kam dadurch ins Afrika Cup-Finale 1974 gegen Sambia. Im Finale angekommen, endete die reguläre Spielzeit und die Verlängerung mit einem Unentschieden und da es damals noch kein Elfmeterschießen gab, musste dann am 14. März ein Wiederholungsspiel her. Dieses gewannen dann auch die Leoparden 2 zu 0 und Zaire wurde zum zweiten Mal in ihrer Geschichte afrikanischer Fußballmeister. Der Höhepunkt war aber ein paar Monate vor dem Gewinn der Afrika-Meisterschaft 1974, als man sich erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Mobutu, der Diktator und Förderer des Fußballs im Land, war ganz entzückt von ihrer ersten Qualifikation für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Er lud die Spieler zu seinem Luxuskomplex ein, wo sie wie Könige behandelt wurden. Am Ende schenkte er jedem Spieler ein Haus und einen grünen Volkswagen. Im Erfolgsfalle hatte er den Spielern von Zaire weitere Reichtümer und ein sorgenfreies Leben versprochen. Doch die Mannschaft befürchtete, dass im umgekehrten Falle sehr ungemütlich werden könnte. Obwohl Mobutu selbst sich persönlich nach Westdeutschland reiste, schickte er eine beträchtliche Entourage mit Regierungsminister, Armee-Offiziere und angeblich auch ein paar Medizin-Männer. Dass die mitreisenden Personen nur eine Ablenkung für die Spieler sein würden, konnte man nicht erkennen. Bei der Auslosung der Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Westdeutschland wurde die erste schwarzafrikanische Mannschaft in die Gruppe 2 zusammen mit Jugoslawien, Schottland und den amtierenden Weltmeister Brasilien zugelost. Im ersten Spiel traten die Loparden gegen Schottland im Dortmunder Westfalenstadion an. Deren Nationaltrainer Willi Ormund hatte zuvor betont, wenn wir Zaire nicht schlagen können, dann sollten wir unsere Taschen packen und nach Hause fahren. Aber gegen eine Mannschaft, die Spieler wie Sir Kenny Douglas, Dennis Law und Billy Bremner in ihren Reihen hatte, hielt Zaire unglaublich gut dagegen. Die Spieler zeigten eine sehr geschlossene Defensivformation und hatten eine sehr, sehr gute Ballführung. Dass Zaire trotzdem am Ende 2 zu 0 verlor, war keine Schande. Schließlich war es ihr allererster Auftritt bei einer WM. Leider war dieser Misserfolg schon der Höhepunkt ihres Turniers. Vor dem Spiel gegen Jugoslawien entbrannte ein Streit wegen Geld. Die Spielprämien kamen bei den Spielern nicht an, weswegen die Spieler dachten, dass das Geld von den Mitgereisten gestohlen wurde. Dieser Vorfall führte fast zu Meuterei. Einige Spieler wollten gegen Jugoslawien nicht auflaufen. Ein Teammitglied erklärte später, dass die Organisatoren des Turniers den Spielern jeweils 3000 DM gaben und somit das Image der WM nicht zu beschmutzen. Ausgelaugt und demotiviert durch tagelange Diskussionen lieferten die Leoparden gegen Jugoslawien eine der schwächsten Leistungen in der WM-Geschichte ab. Nachdem die Europäer nach 20 Minuten schon mit 3 zu 0 in Führung gegangen waren, wechselte Zaires Trainer Blagoce Vidinic, zufälligerweise ein ehemaliger jugoslawischer Nationalspieler, den Torwart Kacidi für den 1,63 Meter kleinen Torhüter Dimbi Tubilandu aus. Doch das Verrückte? Den Wechsel hat tatsächlich nicht Trainer Vidinic vollzogen, sondern wurde von Zapana, der Sportsminister von Zaire, angeordnet. Auch noch sah Zaires bester Spieler, Mulumba Nadeye, den roten Karton. Mulumba war der festen Überzeugung, dass das 4 zu 0 der Jugoslawien aus einer klaren Abseitsposition erzielt wurde. Anfangs protestierte er verbal beim Schiedsrichter und danach trat er den Schiri Oma Delgado in den Hintern. Nach Ende der 90 Minuten verlor Zaire das zweite WM-Kruppenspiel 0 zu 9 gegen Jugoslawien, was bis heute noch der geteilte Rekord für die höchste WM-Niederlage aller Zeiten ist. Nach diesem Spiel wurde es richtig übel. Wüten wegen der Demütigung, die sein Land einstecken musste, schickte Diktata Mobutu seine Leibwächter los, um den Team zu drohen. Er ließ ihnen mitteilen, dass sollte die Mannschaft im dritten Gruppenspiel gegen den amtierenden Weltmeister Brasilien mehr als 3 Tore kassieren, würde kein Spieler sein Land und seine Familie je wiedersehen. Insgeheim fürchtete die Mannschaft sogar um ihr Leben, als sie am 22. Juni wieder in Gelsenkirchen gegen Brasilien auf den Platz lief. Das Team zeigte alles und zur Pause stand es nur 1 zu 0 für die Südamerikaner, die selbst mindestens mit 3 Toren Unterschied gewinnen müssen, damit sie sicher eine Runde weiterkommen. Nachdem Roberto Rebelinho in der 66. Spielminute auf 2 zu 0 für Brasilien erhöht hatte, kommt es kurz darauf zu dieser Szene, die bis heute zu den ikonischsten der WM-Geschichte zählt. Als sich Rebelinho und Jasenio auf einen Freistoß vor den Strafraum von Zaire vorbereiten, stürzt plötzlich Ilunga Mwempu aus der Mauer und kickt den Ball einfach weg. Während das Publikum in Gelächter fiel, zeigt der rumänische und parteiische Mwempu die gelbe Karte. Auch wenn diese Szene für einen Erstbetrachter echt lustig aussieht, hat diese irre Aktion einen dunklen Hintergrund. Der Spieler von Zaire war in Panik geraten, als Rivellinho vor sich stehen sah. Er wusste, wie gut er war und er wusste, dass es beim nächsten Gegentreffer sehr eng sein würde. Zu viel Zeit wäre noch zu spielen gewesen und so lief Ilunga Mwempu in Wissen, dass er sich absolut lächerlich machen würde, getrieben vor Furcht und Panik aus der eigenen Mauer und ballerte den Ball einfach weg. Sein Ziel war Verwirrung stiften, Tor verhindern und Zeit schinden. Der Plan funktionierte. Brasilien erzielte zwar in der 79. Minute noch das 3 zu 0, aber es gab kein viertes Tor. Die Mannschaft durfte wieder nach Hause zurückkehren. Direkt nach der Partie bestiegen sie den Mannschaftsbus und fuhren in Richtung Frankreich davon. Was das Team und seine Betreuer allerdings in all der Aufregung wohl vergessen hatten, der Bus war nur geliehen. An der Grenze wurde die Mannschaft von der Polizei gestoppt. Die Heimreise wurde anschließend auf einem anderen Weg fortgesetzt. Auch wenn die Nachrichtenlage damals naturgemäß noch weitaus schwieriger war als heute, vor allem im Kongo, So haben Spieler der zairischen Fußball-Nationalmannschaft später erzählt, dass niemand in der Heimat ernsthaft zu Schaden gekommen sei. Mobutu, der Diktator von Zaire, ließ den Fußball danach recht schnell fallen, kürzte Gelder und förderte kaum noch den Sport im Land. Das Land war seitdem nie wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft gewesen. Die Mannschaft von 1974 war schnell vergessen. Viele Spieler lebten seither in Armut. Torwart Katsadi, der 1968 und 1974 den Afrika Cup gewann, starb bitterarm 1996. Der beste defensive Mittelfeldspieler von Zaire Mawuba, Vater von Rio Mawuba, flüchtete nach Frankreich und starb dort 1997. Ebenfalls ergriff Diktator Mobutu Sese Seko die Flucht. Er stürzte sein Land in einem wirtschaftliches und soziales Chaos und ging nach Marokko ins Exil und verstarb dort im September 1997 an Prostatakrebs. Doch die Probleme, die er sein Land, das sich später in die Demokratische Republik Kongo unbenannt hatte, antat, sind bis heute noch zu spüren. Denn das Land ist immer noch ein unruhiges, gefährliches, armes und undemokratisches Land, was in jedem Index die letzten unteren Plätze belegt. Beim Afrika Cup 1998 gab es eine Schweigeminute, nachdem berichtet wurde, dass der beste zairische Fußballspieler aller Zeiten, Nadeye Mawamba, gestorben sei. Er wurde mit neun Treffern Torschützenkönig vom Afrika Cup 1974 und hält bis heute noch den Rekord für die meisten Tore in einem Afrika Cup Turnier. In Wirklichkeit starb er erst am 26. Januar 2019 mit 70 Jahren in Johannesburg und war nach seiner Spielerkarriere Trainer in Südafrika. Das war die Geschichte hinter dieser kuriosen Szene. Was sagt ihr? Hättet ihr in seiner Situation auch so gehandelt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, warum manche walisischen Fußballvereine in England spielen oder warum diese Lazio-Legende in einer Bank erschossen wurde, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.